Zauberstab Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Tatebesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee, solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war, wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Yufe! Ich erinnere mich. Oh, das sind Sie. Heiß, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug an? Eingreifen. Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Weit er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Na gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längstvergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sagen. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Haupt auch dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Port-Schlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet. Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da unten? Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Reaturen Sie ruhig. Präparung! 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 Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Feeck! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist Merlins Namen? Mein Gott, Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Unmöglich. Einen Moment Willkommen bei Gringotts Zaubererbank Verließ zwölf, nehme ich an Ganz genau Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau Oh, ja, natürlich Hier entlang Bleiben Sie bei mir Nach Ihnen Lassen Sie Ihre Hände im Wagen Wenn Sie sie behalten möchten Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte Auf dem Weg zu Verlies nur zwölf sind einige davon zu sehen Im Moment sind wir direkt unter dem Hauch von Ihnen Diese Verliese sind am Neuesten Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beide Könnte solch einen Dienst beanspruchen Gut geht es anhalten Wie bitte? Der Wasserfall ist herrn Alle Verzauberungen Eine Sicherheitsmaßnahme Sie sind mit dem Diebesfall vertraut Wie ich sehe Hab ich gehört Hier befinden sich die unteren Verliese Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt Es befindet sich im tiefsten Teil der Wand Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns Verlies Nummer Verlies 12 Ein großer Tag Weiterfahren Professor Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter Nein, dunkler Es war auch auf dem Halsband des Lach Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert Er wacht über den ältesten Bereich der Bank Kaum Besucher dort heutzutage Da sind wir Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert In all der Zeit war niemand je in Verlies 12 Bis zum heutigen Tag Was meinen Sie, wonach wir hier suchen? Ich weiß nicht Sir, vielleicht können Sie Laut den Anweisungen für Verlies 12 Soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren Und dann die Tür schließen Halt! Unerfolg Das kam jetzt wirklich unerwartet Ich muss denken Hier muss doch irgendetwas sein Hm, Reveglio vielleicht Reveglio? Ja, ein Enthüllungszauber Jetzt wäre er gut Schauen wir mal, was wir übersehen Zauberstab bereit halten Ich bin jetzt Das war's. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Luhm! 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 Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Rivelium! Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos! Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. derhenge Achtung! Bateh! Achtung! Lesseppe! L'emrioso! Lespulso! Expulso! Spannende Musik Kommen Sie! Professor! Professor Feig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen Sie mich. Das leuchten wieder. Lumos! Revely, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Kommen Sie! Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelhilder schieben. Lumos! Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ich werde mir kommen. Ich werde mir meinen Weg herauskämpnen. Ich werde mir meinen Weg herauskämpnen. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Was?